Super Mario, Zelda, Gran Turismo oder andere Playstation, Xbox oder Nintendo Switch Games auf einem riesigen Monitor in der Virtual Reality zocken geht nicht? Geht doch und es gibt viele weitere tolle Einsatzgebiete für die Quest 3, die ich euch hier in der Zockstube bereits gezeigt habe. Ein Video dreht sich beispielsweise darum, wie ihr die Quest 3 als virtuellen Bildschirm nutzen könnt, um beispielsweise Flat Games wie Starfield zocken zu können. Zu arbeiten oder Filme auf einem riesigen Bildschirm gucken zu können. Das Video kam super bei euch an und eine der häufigsten Fragen in den Kommentaren, die ich übrigens alle lese, war Kann man die Quest 3 auch als großen Bildschirm für die Nintendo Switch, Playstation 5 oder Xbox nutzen? Mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt und versucht für euch eine Antwort zu finden. In diesem Video zeige ich euch einen Weg, wie ihr das hinbekommen könnt. Das schafft ihr auf jeden Fall, dafür erkläre ich es verständlich Schritt für Schritt. Wenn euch dieses Video hilft oder gefällt, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch dieses Tutorial gefällt und was ihr euch vielleicht künftig noch für Videos wünscht. Wie ihr gesehen habt, das Video war ein reiner Wunsch aus den Kommentaren und ich mache diese Videos gerne. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne sehen wollt. Und außerdem freue ich mich nicht nur über eure Kommentare, weil ich sie gerne lese und natürlich auch immer versuche, so viele wie möglich davon zu beantworten. Sie helfen mir darüber hinaus noch enorm, weil einfach Videos mit vielen Däumchen und Kommentaren mehr Leuten angezeigt werden. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab für eure Däumchen und Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Zuerst möchte ich mit den Voraussetzungen starten. Bitte beachtet, dass es sich hier um meinen spezifischen Weg handelt. Sicher gibt es auch noch andere Möglichkeiten, das Ganze technisch zum Laufen zu bekommen. Als erstes braucht ihr einen Windows-PC oder einen Mac, der allerdings nicht super leistungsfähig sein muss. Dann braucht ihr eine sogenannte Capture Card, die das Spielbild eurer Konsole abgreifen und auf eurem Rechner anzeigen kann. Zwei Modelle, mit denen das klappen sollte, habe ich euch in die Videobeschreibung hinterlegt. Die New Hope Video Capture Card ist eine Budgetlösung für 18 Euro, die anständig funktioniert. Die andere Capture Card ist von Elgato, also der Marktführer, kostet aber mit regulär 130 Euro deutlich mehr, ist dafür aber leistungsfähiger, da sie in meinen Tests eine geringere Latenz verursacht hat. Aber sicher ist sie nicht 7- bis 8-mal so gut wie die günstige Capture Card. Also hier reicht zum Probieren aus meiner Sicht das 18-Euro-Modell erstmal vollkommen aus. Ihr braucht zusätzlich eine Software, mit der ihr das Bild von eurem PC auf eure Quest übertragen könnt. Ich empfehle euch für das beste Ergebnis das kostenpflichtige Tool Virtual Desktop. Hierfür bezahlt ihr einmalig 20 Euro. Vielleicht habt ihr aber das Tool schon. Falls ihr hierfür kein Geld ausgeben wollt, gibt es auch Alternativen, beispielsweise über Air Link, wenn ihr da die virtuellen Bildschirme auswählt. Ihr könnt euch aber auch euren Bildschirm über weitere kostenlose Software, wie Immersed, Horizon Workrooms oder Big Screen anzeigen lassen. Entscheidet ihr euch für die von mir empfohlene App Virtual Desktop, dann solltet ihr euch unbedingt mein ausführliches Tutorial zu Virtual Desktop anschauen. Das Programm ist dermaßen umfangreich und gut und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr es optimal einstellen könnt und welche Funktionen euch alle zur Verfügung stehen. Das würde hier wirklich den Umfang dieses Videos sprengen. Deswegen hier in aller Kürze zur Einrichtung von Virtual Desktop. Schritt 1. Einrichtung auf der Quest. Ihr installiert Virtual Desktop auf eurer MetaQuest. Dafür sucht ihr es einfach aus dem Store raus und installiert es dann. Schritt 2. Einrichtung auf dem PC. Ihr müsst auf eurem PC die Virtual Desktop Streamer App installieren. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Schritt 3. Virtual Desktop starten. Anschließend öffnet ihr die Virtual Desktop Streamer App auf eurem PC und gebt dort als Username euren Meta-Namen ein. Ich heiße beispielsweise die Zockstube VR. Dann geht ihr links auf die Registerkarte Options und wählt bei Preferred Codec AV1, wenn ihr eine Quest 3 habt. Ansonsten ist H.264 Plus eine gute Wahl. Anschließend setzt ihr euch eure MetaQuest 3 auf und startet Virtual Desktop. Achtet darauf, dass die Quest 3 mit einem richtigen 5 oder 6 GHz Netz verbunden ist. Dann müsste euer PC unter Computer erscheinen. Optimalerweise ist euer PC mit demselben Router verbunden und das über ein Ethernet-Kabel. Wählt ihn dann bei Virtual Desktop aus und schon seid ihr verbunden. Danach geht ihr noch in die Virtual Desktop Einstellung unter Settings und wählt eine Desktop Bitrate von 100 Mbit aus. Wenn euch das ein bisschen zu schnell geht, kann ich das total verstehen. Dann schaut euch aber wirklich mal mein Virtual Desktop Video an. Da erkläre ich es in aller Ruhe. Anschließend verbindet ihr die Capture Card mit dem PC. Jetzt steckt ihr das HDMI-Kabel der Konsole in die Capture Card und verbindet diese mit eurem PC. Achtet darauf, dass die Elgato Capture Card Cam Link 4K nur einen USB-A-Anschluss hat. Sollte euer PC nur USB-C-Anschlüsse haben, braucht ihr noch zusätzlich einen Adapter. Solltet ihr euch aber für die Budget Capture Card entscheiden, habt ihr den Vorteil, dass dabei dann sogar USB-A als auch USB-C mit an Bord ist. Zusätzlich müsst ihr bei eurer Konsole darauf achten, dass ihr DHCP aktiviert. Das ist ein Schutzmechanismus, der in manchen Situationen die Bildübertragung verhindert. Bei der PS5 geht das auf jeden Fall über die Videoeinstellung. Bei der Switch müsst ihr nichts machen und eine Xbox hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Also solltet ihr bei der Xbox das Problem haben, dass sie am Ende kein Bild ausspuckt, dann checkt doch mal, ob ihr dort auch DHCP bei den Videoausgabeoptionen deaktivieren könnt. Spielbild auf dem PC anzeigen. Jetzt ist eure Konsole über eine Capture Card mit eurem PC verbunden. Wie könnt ihr aber das Spielbild auf eurem PC anzeigen lassen? Da gibt es tatsächlich mehrere Wege. Ich werde euch hier einen Weg zeigen, der unabhängig von der gewählten Capture Card funktioniert. Ihr installiert die kostenlose Software OBS. Dafür geht ihr auf obsproject.com und wählt dort euer Betriebssystem aus, für das ihr OBS benötigt. Kurz zu OBS. Diese Software hat eigentlich eine ganz andere Funktion und wir missbrauchen die Vielseitigkeit der Software hier so ein bisschen für unsere Zwecke. OBS steht für Open Broadcaster Software. Also ist es eine Software, die eigentlich für das Broadcasten, also das Streamen eines Bildes auf YouTube oder Twitch gedacht ist. Aber diese Software kann auch eines sehr gut, nämlich das Bild von Capture Cards anzeigen lassen und genau dafür verwenden wir sie. Habt ihr die Installation von OBS abgeschlossen, öffnet ihr die Software. Stellt vorher sicher, dass eure Konsole angeschaltet ist, der HDMI-Ausgang in die Capture Card läuft und diese per USB 3.0 mit eurem PC verbunden ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr fügt im Bereich Quellen ein Videoaufnahmegerät hinzu. Dies könnt ihr dann frei benennen. Zum Beispiel, wie ich in diesem Fall, Konsole. Dort könnt ihr wählen, welches Videoaufnahmegerät angezeigt werden soll. Hier werden in der Regel Webcams oder Capture Cards angezeigt. Habt ihr euch für die Budgetvariante entschieden, wird dort USB 3.0 Capture angezeigt. Im Fall des Elgato Cam Link 4K wird dieser Name dort angezeigt. Habt ihr das Bild hinzugefügt, wird das Bild auch direkt angezeigt. Aber womöglich müsst ihr es noch anpassen, damit es den kompletten virtuellen Bildschirm bei OBS ausfüllt. Dann müsst ihr noch eine Kleinigkeit einstellen. Zwar überträgt die Capture Card auch Sound, OBS gibt den aber standardmäßig nicht wieder. Das könnt ihr aber ganz einfach beheben, indem ihr im Audio-Mixer neben der Soundquelle auf die drei Punkte klickt und dann auf Erweiterte Audio-Eigenschaft. Dort ist beim Audio-Monitoring standardmäßig angewählt Monitor aus. Das ändert ihr einfach in Monitor und Ausgabe. Dann habt ihr das Spielbild mit Sound auf eurem PC. Klickt ihr mit der rechten Maustaste auf das Spielbild, könnt ihr in OBS Vollbildprojekt in Klammern Vorschau wählen. Dort sagt ihr dann einfach, auf welchem Bildschirm das Spielbild im Vollbildformat angezeigt werden soll. Spielbild auf der Quest anzeigen. Jetzt müsst ihr nur noch das Spielbild auf eure Quest bekommen. Und genau dazu nutzen wir Virtual Desktop. Startet es einfach, wählt euren Computer und schon seht ihr euren Bildschirm. Und schon könnt ihr eure Konsolengames in Leinwandgröße auf eurer Quest 3, 2 und Pro zongen. Technische Limitierung und Erfahrung. Kommen wir jetzt zu den technischen Limitierungen. Beide Capture Cards können das Bild entweder in 4K und 30fps oder Full HD und 60fps abgreifen. Das ist beides nicht optimal, wenn man bedenkt, dass man heutzutage am liebsten in 4K und 120fps spielen möchte. Wenn ihr also auf High-End Grafik steht, ist das hier definitiv nicht eure Lösung. Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit dieser Methode gemacht. Die Latenz ist leicht spürbar, aber mit etwas Eingewöhnung habe ich sie zumindest komplett vergessen. Das hängt aber auch stark von eurer WiFi-Verbindung und der Entfernung zum Router ab. Am besten mindestens ein 5GHz-Netz nutzen und nicht weit vom Router entfernt sein. Der PC sollte im besten Fall eine Ethernet-Kabelverbindung zum Router haben. Um die Latenz gering zu halten, ist eine hohe FPS-Zahl von Vorteil. Also solltet ihr lieber in Full HD und 60fps spielen, als in 4K und 30fps. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine Kabelverbindung zum PC nutzen, wenn ihr beispielsweise das Link-Kabel habt und über QuestLink den Bildschirm auf eurer Quest anzeigen lassen. Dann habt ihr zumindest schon mal diese Latenz Millisekunden gespart. Faszinierend fand ich Gran Turismo zu spielen mit der MetaQuest 3. Ich saß so nah am Bildschirm in Virtual Desktop, dass ich zeitweise wirklich das Gefühl hatte, im Cockpit zu sein und PSVR 2 zu zocken. Klar, das Bild ist auf der PSVR 2 klarer und sieht insgesamt besser aus. Dafür braucht ihr aber sonst auch eine PSVR 2 für 600 Euro und das hier läuft mit einer 18 Euro Capture Card. Die geringsten Qualitätsunterschiede konnte ich übrigens bei der Nintendo Switch feststellen, da diese sowieso nur in HD und 30fps liefert, was der Streaming-Stick, egal welcher, locker rockt. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mit dieser günstigen Lösung echt zufrieden bin und jeder das mal ausprobieren sollte für 38 Euro für Virtual Desktop und den günstigen Streaming-Stick. Eine große Zukunftsvision von mir bezüglich der Quest 3 ist, dass man sie als allgemeine Wiedergabequelle auswählen kann. So wie man einen Fernseher an die Nintendo Switch, Xbox oder PS5 anschließen kann, würde ich mir wünschen, dass man auch dasselbe mit der Quest machen kann. Leider sind wir davon noch ziemlich weit entfernt, was solche technischen Tricksereien dann erforderlich macht. Hier ist aus meiner Sicht in erster Linie Meta gefragt. Vielleicht wird es ja in Zukunft die Möglichkeit geben, HDMI-Signale mit einem speziellen Dongle Wireless an die Quest zu streamen. Oder vielleicht könnten sie zumindest den USB-C-Anschluss insoweit öffnen, dass man da einen USB-C-Anschluss auf HDMI einstecken kann und so zumindest kabelgebunden die Bildschirme wiedergeben könnte. Darauf müssen wir jetzt gemeinsam hoffen. Hier schlummert aus meiner Sicht eine Menge ungenutztes Potenzial und bis dieses Potenzial genutzt wird, können wir uns nur mit unseren kleinen Tricksereien und Umgehungslösungen behelfen. Hat euch dieses Tutorial gefallen und werdet ihr das mal ausprobieren? Welche Games würdet ihr als erstes auf so einer großen Leinwand zocken wollen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und lasst mir ein Däumchen nach oben da. Falls ihr weitere spannende Videos zu Meta Quest 3 sehen wollt, dann schaut doch mal hier auf der rechten Seite. Dort findet ihr eine Playlist zu den wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr das Maximum aus eurer Quest 3 herausholen könnt. Dort zeige ich euch auch, wie ihr die Grafik der Quest 3 hochschrauben könnt und sie sogar als 3D-Kamera verwenden könnt. Vielen Dank für eure Kommentare, Däumchen und vielen Dank an meine Patreons für eure finanzielle Unterstützung.